schon wieder geisel ey aber clubhouse geht geisel no fuse no fuse was geisel und fuse das ist das das ist das non plus ultra also bei geisel picke ich immer fuse doch ist ja genauso wie iq ist jetzt mit ihren frag grenades op sorry aber die muss genervt werden finde ich jetzt nicht du liest auch keine du liest auch keine artikel die der bestrum schicken die einen gibt andere die genervt hätten die 31 sachen die einen rainbow-spieler nie sagen würde dieser genau so wie oh nein ich liebe vorwählen ja stücklob dancing queen kam ja ich hasse kann werden die muss genervt werden jedes nicht die die sind einfach ich habe gesagt ich komme durchgefahren schaffst du im winde aufzumachen okay wer geht zum anderen ende ne doch nicht doch eingang einander ne bar ab ich bin wie und da ist einfach rein und ich bin wie viele die 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 Ja, der Smok liegt noch hinter der Bar. Sicher? Ja, ja, habe ich gerade gesehen. Smok hier hinter der Bar. Noch drin. Habe ich. Nice. Meine Drohne ist weg. Irgendjemand hat meine Drohne erwischt. Ich habe keine Info mehr, ich bin sorry. Eine Drohne für dich, Blitz. Kavira hinten, wo ich getroht bin. Injahe. Interregiert? Ja. Ja. Wo war die denn? Hinten, wo es nach oben geht. Im Schlafzimmer. Unser Blitz ist tot. Die Frost ist im Raum. Da, du siehst sie. Da siehst sie. Interregiert. Genau deswegen hasse ich Kavira. Die ist einfach zu schnell. Was? Wie kann ich die nicht treffen? Was ist denn da los? Die hält so viel aus. Das ist es ja. Frost von rechts. Funden, Alter. Von jeder Seite. Double Interregation ist schon gay. Ja. Ich hätte sie da haben müssen, die Kavira. Ich habe sie gehört, dass sie oben irgendwas aufgesprengt hat mit ihren Kontaktgranaten. Da wusste ich, dass sie wahrscheinlich da die Treppe runterläuft. Schnell. Es ging. Ja, vor allem wenn ich die spiele, dann fühle ich mich immer, als wenn ich in Zeitlupe laufe. Zu Baywatch, Mist, oder? Ja, ja, also alle treffen mich und wenn ich gegen die spiele, ist es immer Arschkarte, ey. Geil. Bitte nicht hier zumachen. Bitte hier die Ausmeldung. Die kriegen auch wieder zum Gehinderten Raum, Alter. Gerät wurde aktiv. Gegner Drohne an die Geisel lokalisiert. Auf Abschluss. Bevor bereit. Die Fenster Marikad ist platziert. Gerät wurde platziert. Gerät wurde aktiv. Zehn Sekunden. Bevor sie mit der Granaten. Jetzt können sie kommen. Fünf Sekunden. Ich setze in Kanzlerraad eins. Die Wand wurde verstärkt. Den Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ich bin in der Garnasche. Männer. Diese Aussicht muss man lieben. Ich lag da und brauche Deckung. Sehr zu willkommen, Mathe eins. Three at my position. In diesem Bereich ist dein AVS aktiv. Wir kommen wahrscheinlich von außen oder? Ja ja, hier und hier Einer vom Fenster Zurück kommen bitte, hier ist Action I have a pen I have a pen Die Black Pit? Weiß ich gerade nicht Irgendwo ist was gedroppt Ja, irgendeiner macht Staffeldraut kaputt Oben am Drop sitzt einer Einer ist in der Falle Da hinten sitzt der Ah, bin down Äh, der Sledshot wollte ihm helfen Der Sledshot 30 Scheiße Ach, Scheiße Nooo Ja, ich sag ja, wir kriegen wieder den Behindertenraum Mal da Das ist so ein Uhrenraum Weil man kann sich auch zu fünft in den Raum reinsetzen Aber das ist halt absolut Quatsch Aber das ist halt absolut Quatsch Ja Alter, ich muss die Schokolade wegpacken, weil sonst passiert sie nur um Glück Na Knuckle Was denn? Du bist der einzige, der in unserem Team einen Kill hat Nice Nicht wirklich, aber ja Ich glaub Buff sauber, Strip Club sauber Ja Irgendwo hat die Twitch was getroffen Hm, ja Das selben Die Sammlungsländer fängt wie wir, oder? Ja Oh, Kavera ist in der Garage Passt auf Noch 10 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden Geisel gesichtet Geisel gesichtet Geh mal ein Fenster auf Und schau uns vor das Konkert Okay Schockdrohne wird gestartet Oh Elektronik Scanner aktiviert Ich überprüfe den Umkreis Ich biete her Oh Wo ist meine verkickte Tone? Meine liegt noch im Raum Recht gut Aufgestellt Ich leite nach Was haben die? Haben die einen Mute? Oder ist das gemuted? Die haben keinen Mute, glaube ich. Vakery ist durchgelaufen hinten. Habe ich schon. Habe ich schon aufgemacht. Nice. Welches sind in der Ecke? Schön. Geisel übernommen. Hast du die? Du bist beschutet. Bei Frost. Ab, Cavera. Geisel ist nicht mehr gesichert. Ein Gegner verbleibt. Oh, Nackel. Den hast du mir noch geklaut. Ja, ich habe ihn noch drauf geschossen. Pass auf. Das war eine gute Runde. Ich hatte eine gute Position. So. I want to play... Book of Echo. The Book of Mute. 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 Boah, ich hoffe, der Checker findet mich nicht, Alter. Ja, wo geht? Pass auf. Oh, bin down. Glass, ab. Ne, hängt Kopf über. Ne, keine Chem mehr, nützlich. Äh, zwei von der Tür direkt. Hm, der hängt direkt an dem Tor oben. Ja. Glass, da ist einer drin. Von wo? Da. What? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, der ist random da reingelaufen. Oh, das ist das erste Mal, dass ich die Samhite Endding da sehe. Das Outfit schaut so lächerlich aus. Ja. Ja.